In einem neuen Video mit Broker IQ Option, ich handel 60 Sekunden bis 2 Minuten, mein Starttrade beträgt hier 2.000 Euro. Als nächstes suche ich meinen Passantrade, den Metatrader 5, Verrücksichtigung meiner Indikatoren und der Tagesnews Outcut, sieht gut aus, hier steige ich ein. Die Ergebnisse hat es nochmal, sollte dieser Trade im Verlust enden. Wie ich bereits angekündigt habe in meiner letzten E-Mail, höre ich zum Jahresende auf. Wer jetzt noch Interesse hat an einer Ausbildung, bitte umgehend per Mail melden bei mir. Er ist am Gewinn. Perfekt. Ich suche noch einen Trade. Ich suche noch den molecisenkliffen. Ich nehme nochmal Outcut und zwar jetzt steige ich ein und zwar jetzt Sieht gut aus, sollte im Gewinn landen, noch 5 Sekunden, perfekt, vielleicht bis zum nächsten Mal, aber ein Video mache ich vielleicht dieses Jahr noch, dann ist Feierabend, Adios.